So, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, eure Uhr umzustellen. Jetzt ist es halb acht, aber die Uhrzeit von gestern ist halb neun. Das heißt, ihr habt alle eine Stunde länger schlafen können. Und ich habe hier wieder so einen Channel gefunden, Calorie Fixes, aus England diesmal. Und von Francesca und aller angeblich hat sie den Calorie Fix. Das heißt, den Trick, wie man weniger Kalorien zu sich nimmt und ins Kaloriendefizit kommt und damit abnimmt. Und ich werde euch ein Geheimnis verraten. Darauf werdet ihr bestimmt nicht gekommen. Das ist Wissenschaft für Astronauten. Also, wenn man abnehmen will, muss man ins Fettdefizit kommen. Wenn man Fett zu sich nimmt, dann setzt man es an. Und wenn man Sport macht, verbrennt man Fett. Also, wenn man weniger Fett zu sich nimmt, als es man verbrennt, bup, zack, bup, nimmt man ab. So einfach ist das. Die anderen Kalorien von Kohlenhydraten setzt man nicht an. Dafür bewegt man sich zu viel. Dafür atmet man zu viel. Dafür verbraucht der Körper zu viel. Und das Hirn verbraucht so viele Kalorien. Deswegen kriegt man auch ständig Hunger. Also, das Hirn schickt einem Signale, dass man Hunger hat. Deswegen muss man ins Fettdefizit kommen, wenn überhaupt. Weniger Fett zu sich nehmen. Also, High Carb, Low Fat, Kohlenhydratreich, Fett ab. Und hier gucken wir uns ein paar von diesen Posts. Ja, also, auf der linken Seite Coca-Cola, Kaffee und Croissant und Chips. Und auf der rechten Seite, ja, sieht gut aus. Avocadobrot, Obst. Obst ist sehr gut. Obst ist das Beste. Und dann Joghurt. Joghurt ist nicht gut. Da sind zu viele Hormone drin. Wachstumshormone. Und wenn wir schlank werden wollen, wollen wir nicht etwas nehmen, was uns wachsen lässt. Langweilig. Und hier Weight Loss. Was ist das für eine Rezeptidee, wo man mehr Ei nimmt und da unten ist Fleisch zum Abnehmen und die ist wieder nur beim Kalorien zählen. Ja. Das ist Quatsch. So, das hier scheint Ei mit Käse zu sein und Avocado. Sorry, aber wo sind die Kohlenhydrate, ja? Wie soll man sich danach satt fühlen? Das isst man und dann ist man eine halbe Stunde später, eine Stunde später wieder hungrig und muss wieder was essen. Und das hat sehr viel Fett, vor allem der Käse. Und das ist ein Garant zum Zunehmen. Und das Ei hat Cholesterin. Das hilft dabei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu fördern und die Arterien zu verkalken. Ah, gehen wir mal nach rechts. Oh, noch schlimmer. Bacon und Eggs und und also Ei das ist das Gelbe und dann noch gekochte Eier und dann Bacon. Kein einziges Gramm Kohlenhydrate. Die Frau geht auf null Kohlenhydrate. Null Kohlenhydrate. Null Kohlen... Okay, Oliven. Oliven haben ein paar Kohlenhydrate. Mandeln auch, okay. Nur die ich das Ding ist, die zeigt einfach nicht, wie sie aussieht, ja? In dem ganzen Channel. Hier Fisch null Kohlenhydrate. Oliven sind voll mit Fett. Also ich bin jetzt kein Gegner von Oliven, ja? Aber ich selber esse so wenig Oliven wie möglich. Ja, einmal vom Baum oder so. Ja, für den Spaß. Aber Oliven sind halt voll mit Fett und die muss man halt wieder abbauen. Schokolade, Reis sehr gut, Spinat sehr gut. Einfach mehr davon essen. Mehr Obst auch. Guck dir mal die Mini-Portion Obst an. Also wenn ich Obst esse, ja, Himbeeren oder so, okay, ich esse vielleicht nicht so viele Himbeeren, aber wenn es dann Obst ist, ja, Bananen, dann sind es auch locker mal 5, 6 Bananen, ja? Und nicht 10 Himbeeren. Auch keine Kohlenhydrate. Auch außer in den Nüssen ein paar und in der Tomate ein bisschen. Keine Kohlenhydrate. Das ist alles Low Carb. Low Carb. Ich weiß nicht, wie die Frau das macht, um sich gut damit zu fühlen. Und dann hier werden die Kalorien gezählt von jeder einzelnen Zutat. Furchtbar. Hier kommt noch mal Ei rein. Low Carb. Alles Low Carb. Außer die Nudeln. Warum isst sie nicht einfach nur mehr Nudeln? Und was mich interessieren würde, ist, wie die aussieht. Ja? Wie die aussieht. Ob die Fitness hat, ja? Süßkartoffel. Perfekt. Wunderbar. Und Rosenkohl. Einfach mehr davon essen. Dann ist es vegan. Warum macht man sich toten Vogel auf den Teller? Also die Vögel, wie die gehalten werden. Das ist furchtbar. Schaut euch das mal an. In so einem Betrieb, in dem Vögel gehalten werden. Wie die gehalten werden. Die picken aufeinander rum. Die sind krank. Die haben keine Federn teilweise. Das ist furchtbar, diese Kondition. Und da wird drauf rumgelaufen. Die Hühner laufen auf anderen toten Hühnern rum. Das ist furchtbar. Ah, hier. Einen ganzen Tag essen. Also zum Frühstück, Fleisch und Ei. Oben links. Und Avocado. Dann startet man den Tag erstmal mit Fett. Und ist erstmal gelähmt, gerädert. Ja? Dann macht sie weiter mit Nudeln und Salat. Perfekt. Und dann totes Tier auf ihrem Teller. Wie der Kadaver. Was total unnötig ist. Wir haben 2020. Da müsste man sich schon eigentlich, also schon lange, schon lange einfach bewusst sein, was man da macht, wenn man Tiere isst. Ja? Was für eine Industrie man unterstützt. Dann braucht sie auf jeden Fall noch einen Snack. Zum Glück ist eine Banane drin. Die ist ja auch nicht Low Carb. Also die tut so, als würde sie Low Carb essen. Aber am Ende des Tages braucht sie ihre Kohlenhydrate, weil die Hirn schon den ganzen Tag Ba Ba Signale sendet, dass sie mehr Kohlenhydrate braucht. Und ich meine, sie isst ja auch Kohlenhydrate. Da ist ja Banane drin, Blaubeeren drin und am Ende des Tages ist der halbe Teller voll mit Reis. Also sie ist offensichtlich, okay, das war Frühstück, da ist ein Kohlenhydrate im Brot drin, da ist ein Kohlenhydrate in Nudeln drin, da ist ein Kohlenhydrate in den Obst drin und da in dem Reis und ein bisschen Brokkoli. Das heißt, sie isst auf jeden Fall Kohlenhydrate. Hier sind auch Kohlenhydrate drin. Im Reis, in den Kichererbsen und in den Falafeln. Das ist ein schöner Teller. Vegan, gesund, warum nicht mehr davon, ja? Das ist auch vegan und gesund. Warum isst sie nicht jeden Tag so? Warum ist es nicht ihre einzige... Jetzt bin ich aber erstaunt. Ein Teller voll mit Obst und Milchreis in der Mitte. Perfekt. Hi, healthy dinner. Healthy, genau, hier kommt die healthy Alternative sogar mit dem Rezept und so und wenn das einem gefällt und schon gesund ist und gut schmeckt, warum isst man das nicht immer wieder, ja? Warum gibt, warum macht man dann totes Tier das Leid verursacht auf seinen Teller? Ja, die, das Mitgefühl fängt auf dem Teller an, ja? Mit dem, was du auf deinen Teller machst, zeigst du, ob du Mitgefühl hast für andere Lebewesen oder ob sie dir einfach egal sind und sagen, naja, ist egal, es ist halt ein Tier, ja, wurde gekillt von jemand anderem und, äh, mir schmeckt's, also, ist schon okay. Ähm, ja, sonst, die Schrimps, was sind Schrimps? Schrimps sind Tiere, die auf dem Meeresboden rumkriechen und alles dort, äh, aufsammeln und fressen, was einfach am Meeresboden landet, ja, die ganze Kacke von den anderen Fischen und so, die essen einfach, alle Reste, das sind halt Resteesser. Das landet alles in ihrem Fleisch drin und das landet dann in unserem Körper. Hier, auch Hühnchen, ja, vollgepumpt mit Antibiotikern und, ähm, und mit Hormonen und Hühnchen macht, dass ihr Männer Titten kriegt, ja, wollt ihr Titten haben, dann esst mehr Hühnchen, ist auch nicht schlecht. Äh, das sieht gut aus, vegan, schon wieder Fleisch, ja, also rotes Fleisch ist auch von der WHO als krebserregend eingestuft worden, das würde ich, da würde ich auch komplett die Finger von weglassen und Fisch, vor allem so große Fische, die lange im Meer leben, äh, sammeln besonders viele Giftstoffe ein, ähm, vor allem Quecksilber, die sind auch Quecksilberreich, es gibt auch schon Menschen, die eine Quecksilbervergiftung von Fisch, äh, erlitten haben und das Ei, das Ei ist einfach nur der Zyklus, also die Periode eines Huhns und ich weiß nicht, wie lecker ihr das findet, aber die Periode eines Tieres zu essen ist für mich ein No-Go, ähm, klingt nicht besonders appetitlich. Toller Teller, ganz viel Gemüse, warum, warum macht sie nicht einfach mehr von diesen Ideen und packt jeden zweiten Post einfach Fleisch rein, ja, und Ei und, muss, das muss gar nicht sein, ja, und die kriegt, wie viel kriegt die, 23.000 Likes, 50.000 Likes für ihre Posts, ah, die kriegt, die kriegt für vegane Posts, kriegt sie ein bisschen mehr Likes, mhm, da liken die Veganer bestimmt auch mit, ja, hier hat sie weniger Likes als 50.000, hier hat sie 50.000 Likes, hier hat sie wieder weniger Likes als 50.000, hier hat sie weniger Likes als 50.000, hier auch, ist alles nicht vegan, also, dann bleiben wir dabei, äh, Kalorien zählen, ähm, ist nicht gut, braucht man nicht bei High Carb, Low Fat, äh, und Fleisch frei, einfach, ähm, auf das Fett achten, ja, wenn man halt was isst, äh, was Fett hat, am besten reduzieren, und sonst lasst das tote Tier weg, das Kadaver, äh, äh, das ist weder gut für das Tier, noch gut für einen selbst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.